Die Karotten. Die Karotten können wir austauschen. Dann die Zucchini. Die Zucchini haben wir aktuell auch. Sehr schön. In Salat haben wir auch das ganze Jahr. Oh, die sind voll. Okay. Das heißt, wir können dann gleich mal verkaufen. Gehen wir da. So. Die Sachen hier drüben können wir noch abernten. Das sind keine Aubergine-Sachen. Eine, eine Tankfüllung. Dann machen wir das drüben schnell noch. Und dann ab in die Stadt. Gut. Beziehungsweise wir schauen da noch, ob wir Minzen, ob wir bei den Tieren unten noch was haben. So. Dann der Wirsing. Wirsing haben wir auch. Ach so. Das ist deshalb nicht gekennzeichnet, weil das gegossen ist. Upsi. So. Haben, hätten wir noch Platz. Wir hätten oben noch einen Platz. Haben wir irgendwas, was wir aktuell nicht angepflanzt haben? Wir haben alles angepflanzt. Sehr schön. Heißt, wir holen uns die Fische und dann arbeiten wir uns bei den Tieren voran und dann ab in die Stadt. Da haben wir alles. Die hier sind. So, ihr kriegt auch noch Futter. Die Gänseblümchen sind auch sehr gut. Die kommen auch zu mir in die Tasche. So. Gänseblümchen. 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 Und einmal noch Gänseblümchen. Die Schweine. Und für euch gibt es auch ein Futter. Da habe ich jetzt eins vergessen, verdammt. So. Die nehmen wir mit. Hier sieht es noch nicht so aus, als ob was fertig wäre. Auch hier nicht. Alles klar. So, dann hopfen wir hier hoch und die Hühner-Sense. Die hier sind auch noch. Die nehmen wir noch mit. Brauchen auch nichts zum Fressen. Alles klar. Und ab in die Stadt. So, in erster Linie würde ich dir gerne wieder Eier verkaufen. Und ein bisschen Milch. Und dann komme ich nachher nochmal. Ähm, da ist es wieder voll. Gehen wir wieder runter. Salat gehen wir noch ein bisschen runter. So, dann komme ich nachher vielleicht nochmal. Fische. Fische sind auch. Blumen. Ne, das sehe ich noch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Das war's. Ähm, ne. Hör auf. Die Sachen dürfen wir nicht hergeben. Und Melonen. Hat recht. Hier drüben wäre zum Aufwerten. Was würde mir das... Nee. Ah, nee. Die Schleifen würde ich mir gerne behalten. Weil ich möchte die neue Fabrik zu Hause hin klatschen. Wollern, das haben wir auch noch nicht. So, dann schauen wir nochmal. Bei ihm hier. Vielleicht ein paar Tomaten. Und bei dir vielleicht noch... Ja, Aubergine sind wichtig, ne. Okay, dann heim. Wir haben 1400. Oh, da ist jetzt wieder eine Milch fertig. Dann würde ich hier gerne weitermachen mit Wege verlegen. Ja, dann könnte man eigentlich eher rüber hopsen. Oh, wir schauen auch ins Haus vorher noch. Das geht nicht. Da habe ich keine Wolle. Da habe ich zu viel Wolle verkauft. Huch. So, Lachsendorf. Ratatouille ist fertig. Siehste, Lachsendorf. Der ist neu. Ja, nehmen wir den. Sonst ist leider gar nichts Neues hier dazugekommen. Was ich voll schade finde. Und dass man die Sachen da drin nicht automatisieren kann. Ja, das sind so, bis sie aktuell meine Kriterien. Aber es ist nicht tragisch. Aber immer fährt halt dann ins Haus reinlaufen. Und das... Ich denke an das Null. Null. Nur wenn ich gerade vor der Stadt reinkomme, dann sehe ich es, dann denke ich mir... Oh, ah ja, stimmt, da war was. Aber ansonsten... Okay, hier ist alles soweit fertig. Okay, dann... Hauen wir uns hier schnell noch drüber. Pflanzen alles neu an. Und dann gehen wir Wege verlegen. Auf der Seite hier drüben ist nix. Da ist auch nix. Die Bäume sind noch nicht. Dann, wo gehören die Bananen dazu? Auch zu den Birnen. Alles Birnen. So, dann haben wir die Birnenbäume. Wäre witzig, wenn Birnenbäume woanders dazugehören würden. So, aber nee. Gott sei Dank nicht. So, okay. Die Zitronen haben wir auch. So, die drei nehmen wir mit. Dann füllen wir auf. Die ist nämlich komplett jetzt voll. Was? Die hat schon Stufe 6. Und die ist noch Stufe 1. Hängt das nicht zusammen? Au. Okay. Nun gut. Dann wissen wir Bescheid. So, jawohl. Die Kokosnüsse kommen auch wieder mit. So, dann schauen wir, ob hier runter irgendwas zum Ernten und zum Neu am Pflanzen ist. Nope. Okay, dann nimmst du das mit. Und dann schauen wir nach. Okay, brauche ich nicht schauen. Ist nix. So, wie gern. Jetzt muss ich schauen, wie das vorne aussieht, wie weit wir da ran sind, ich glaube bis nach oben, gell? Ne, nur bis zum Schupfen, bis zur Rampe. Also bis hierhin, der Rest wird Holz, alles klar? So, dann einmal hier rundherum. So, dann Ja, gut. Okay, warte, warte. Ja, das ist schon wieder was, was mich stört. Das ist schon wieder was. Ach Mist, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Aber es ist ansonsten alles gleich. Ich kann dem Strahl kotzen. Aber sowas von im Strahl kotzen. Das wird sich auch anders nicht ausgehen. Wir haben hier eins, zwei, vier Mal, glaube ich. Das wäre hier eins, zwei, drei, vier. Das Spiel stellt mich jedes Mal auf die Probe. Das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Wie könnte ich denn das sonst noch machen? Das geht anders gar nicht. Außer ich lasse, ich stelle diese hier rein. Okay, warte. Okay, warte. Nun, was stelle ich die Bäume jetzt hin? Die müssen erstmal nach oben ausweichen. Ich probiere mal. Ich probiere mal. Pass auf. Oh, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Na. Immer wieder finde ich irgendwas, wo ich mir denke, nein. Gibt's nicht. Alles so schön kalkuliert und alles. Aber dann sitze ich da und stehe wieder total am Anfang. Gefühlt. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Jetzt ist halt nur die Frage, wie ich die am liebsten platzieren würde. So nach vorne. Also ich kann die ja drehen mit Y. Machen wir's so. Und dann so. Okay, warte. Dann wieder auf jeden Fall das hier verschoben. Achso. Blödsinn. Hier muss ich anfangen. Sonst nimmt das mir zu weit unten. So. Mit dem einen hier fahren wir um eines höher. Dann könnte ich hier nämlich auch noch einen Weg durchlegen. Und es wäre dann circa mittig. Wird passen. Dann hätte man sogar noch Platz für zwei. Und je nachdem. Dann schauen wir, wo wir die anderen noch hinpacken. Ähm. So. Jetzt steigst du aus. So. Und die kommen jetzt hier rüber. So. Dann können wir hier mit dem Weg weitermachen. So. Wir haben eine Lösung gefunden. Sehr gut. Alles klar. So. Und hier könnte man eventuell so einen Holzweg zwischen und klatschen. Ne? Dann hätten wir noch zwei. Zwei. Dann wäre hier ein Weg. Eins. Zwei. Und dann wäre ich. Ja. Dann schauen wir dann, wenn es soweit ist. Aber erstmal haben wir eine Lösung gefunden. Und das passt. Und die Bäume. Ja. Muss ich schauen, dass ich die wieder irgendwie nach unten hin kriege. So. Wir hopsen hoch und machen oben mal klar Schiff. So weit ist es jetzt unten. Ne ist es noch nicht. Ok. Ne. Dann lassen wir es noch. Bis auf das mache ich noch schnell. So. Dann machen wir hier noch schnell die Wege fertig. So. Und zwar kommt hier. Ah. Ganz unten kommt auch noch einer. wieder. Stimmt ja. Da war was. Und so. Und zwischendrin kommt immer so ein Feldweg. So. Da. Alles klar. Ja, die Bäume müssen jetzt erstmal oben stehen bleiben, hilft nichts. Warte mal, haben wir da eventuell sogar noch klein, also auch so kleine? Uh, mehrere sogar. Wenn wir hier Himbeeren hinpacken, mit einmal frei, ich bräuchte, wie viel brauche ich denn? Eins, zwei, also warte mal, eins, zwei, drei. Lass mal eines frei, ich probiere mal. Eins. Das würde sich tatsächlich ausgehen. Die muss ich jetzt einzeln, dann haben wir auf die Seite die Himbeeren. Achso, warte, Himbeeren. Das waren die, ne? Sonst habe ich eh keine kleinen mehr. Ach, verdammt. Egal. Es sind 18. Eins. So. Ein Runde vom Traktor. Und dann haben wir da so kleine Büsche. Sehr cool. Dann ist ja das hier auch alles ein bisschen genutzt. Und was ich hier daneben an noch so mache, keine Ahnung, frag mich nicht. Vielleicht auch Wasser. So. Und dann kümmern wir uns wieder um unsere Pflanzen. So. 800 Diamanten haben wir noch. Sehr gut. Dann haben wir hier eine roten Paprika. Roten Paprika haben wir gerade nix. Dann haben wir ein lila Karotten hin. Roten Paprika haben wir auch gerade nix. So, dann Honig Melonen. Honig Melonen haben wir auch gerade nix. Dann kommt der lila Maestran. Gelbe Paprika, die kann man einfach pauschen. Wunderbar. Und wir sind Stufe 50. Wir haben in der Stadt auf jeden Fall schon mal was freigeschaltet. Hier traue ich mich gar nicht reinschauen in unseren Katalog. So, die gelben, das sind die, die haben wir nicht. Oh, weißer Kürbis, alles klar. Ähm, die violetten Kartoffeln. Wir kommen so schon nicht irgendwie gefühlt hinterher. So, aber macht nix, so bleibt es immer spannend, was wir als nächstes angehen wollen. Gut. Ist hier drüben dann noch was fertig? Nee. Heißt, wir könnten direkt runter und die Bäume abernten. So. Und dann geht's hier oben weiter. So, hier ist dann eh nix. Die sind auch nicht, alles klar. Da hinten hoch ist auf jeden Fall. Vorher noch ein Dank. Auf jeden Fall auch wieder was. So, der Salat. Mit dem fangen wir wieder an. Boah, der Salat ist bald auf Level 50. Okay. So, Succhini. Succhini haben wir nicht. Dann kommen eben die gelben Zucchini hin. Und dann machen wir hier die Kartoffeln noch. Da. Da. live. Untertitelung des ZDF, 2020